Wie kann jemand so toll Pacek mit dem Mikro umgehen, der die vielleicht magischsten Hände der Liga besitzt? Nikola Jokic wirft Touchdown-Pässe wie ein Quarterback, verteilt Assists über die Schulter wie Arvidas Sabonis und läuft Fastbreaks wie Magic Johnson. Showtime, die Denver Nuggets mit Jokic sind funky. Kein Spieler hat in der vergangenen Saison mehr Pässe und mehr Touches verzeichnet als Jokic. Seine 7,3 Assists werden nur von einem anderen Seven-Footer in der NBA-Historie überwoten, Will Chamberlain. Der Joker geht um Blöcke und er geht als Ballhändler, als wäre er ein Guard. Die Paus bei Kindern als 14-Jähriger werden immer etwas bleiben, das ist okay. Denn Nikola Jokic ist kein Einhorn, er ist ein Nahmahl. Und die gibt es wirklich. Das Duell mit dem Mikro hat er bereits ausgeglichen. Danke, sehr gerne. Danke, sehr gerne. Danke, sehr gerne.